Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den schülergesteuerten Unterricht. Ja, das ist ein Unterricht als individuell autonomer Steuerungsprozess, der ausschließlich von Schülerinnen und Schülern selbst gesteuert wird. Also der Schüler selber steuert hier den Unterricht. Ich habe hier jetzt mal den schülergesteuerten Unterricht gegenübergestellt, also Schüler und Lehrer gegenübergestellt. Wenn wir jetzt mal den Schüler hernehmen, dann läuft es so. Also ein Schüler, wenn er einen schülergesteuerten Unterricht, wenn der sich darin befindet, der Schüler, dann kann er zum Beispiel ein Referat vorbereiten oder er befindet sich in der Einzelarbeit. Und zwar sucht sich dabei der Schüler eine Thematik aus und ist dann auch bei der methodischen Vorgehensweise frei. Die überlegt er sich selber und hat dabei mediale Unterstützung. Also er kann im Internet suchen oder in Büchern stöbern oder, oder, oder. Und dann muss er selber diese Ergebnisse, die er hat, eben überprüfen und anschließend präsentiert er diese zur Diskussion. Das wäre jetzt mal ein Beispiel, wie man das halt bei einem Referat machen könnte. Also man sucht sich ein Referat aus über ein Thema, das man unbedingt machen will. Dann kann man sich selber einteilen, wie man eben das Referat aufbaut, welche Quellen man nimmt und dann muss man eben schauen, ob die Quellen ausstimmen, ob das alles passt. Und dann kann man das Referat präsentieren und dann kann man darüber reden. Das Ziel bei so einem schülergesteuerten Unterricht ist, dass das Selbstvertrauen von den Schülerinnen und Schülern gesteigert wird und auch die intrinsische Motivation, der Erwerb der Kompetenzen, aber auch das Interesse einfach an der Sache soll gefördert werden. Also das ist ein Ziel, das damit erreicht werden soll. Und auch die Freude am Lernen, am Unterricht und der Schule soll dadurch den Schülerinnen und Schülern gegeben werden. Wenn wir jetzt mal den Lehrer auf der anderen Seite anschauen, der ist zum einen ein Lernberater. Also wenn der Schüler oder die Schülerin nicht mehr weiter weiß, dann kann er den eben fragen. Aber auch der Lehrer ist auch ein Mitlernender, weil ein Mitlernender insofern, der Schüler oder die Schülerin sucht sich irgendein Thema aus, wovon der Lehrer ja vielleicht gar keine Ahnung hat. Also er sucht sich jetzt Referatsthema Insekten aus, der Lehrer hat aber keine Ahnung von Insekten, dann muss sich der Lehrer ja auch erstmal in das Thema einlesen. Und so wird aus dem Lehrer ein Mitlernender. Genau. Was noch dazu kommt, also zu Referat oder Einzelarbeit, ist das Lernen durch Lehren. Das hat auch bei Hattie einen Fachbegriff, mir fällt der jetzt leider nicht ein, aber der Kohen-D ist relativ hoch. Also das ist sehr lernwirksam, diese Strategie. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Hausaufgabe bespricht, dann könnte es mal der Schüler oder die Schülerin übernehmen oder man könnte eine Diskussion machen und eine Schülerin die leiten lassen oder auch eine Übung durchführen oder eine Aufgabe vorrechnen lassen. Also, dass einfach mal der Schüler in den Lehrer schlüpft sozusagen und dadurch dann lernt, also Lernen durch Lehren. Ja, und das war es auch schon zum Schülergesteuerten Unterricht. Kurzes Video, aber ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und ja, bis dahin. Tschö!